Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Corvus Season mit dem Alex. Jo Leute, was geht ab? Ja, letztes Spiel war nicht so toll. Reden wir nicht drüber, spielen wir einfach. Genau, jetzt kriegen wir jetzt was hin. Santiago, Bernabeu, Fester, Madridos. Ja, ich würde mal einen Attentat von dem ISIS-Kampfer und die Luft alle drin verrecken, während Ronaldo spielt und er einfach stirbt. Ja, wahrscheinlich stirbt er als Einziger der ganzen Mannschaft nicht oder so. Hallo. Alter, komm. Okay, kriegt ihr dann keiner von meinem Spiel hinlassen. Jupp, nice. Nice. Ah, nice. Wunderbar. Ach komm, ganz ehrlich, das war doch gar nicht unfair. Anscheinend schon. Ja, meine Mama war auch unfair. Geil. Ja. Ja. Das wird schon wieder eng. Alter. Das war schon fast ein Rückspiel, aber egal. Kennt FIFA ja zum Glück eh nicht. Wie wenig Leute aber drauf. Wow. Darf nicht wahr sein. Joa, was für Glück ist er doch rein. Ja, Mann ey. Das war ein Belastung, das er noch bekommen hat. Das war richtig gelaufen. Ich bin so schön durchgelaufen und dachte mir, jawohl, querpass, easy peasy, weißt du. Ja, Nummer safe und so. Und dann macht er das zack. Boah, also zum Glück kam der da noch und hat ihn reingeschoben, ey. Ja. Aber das kam mir grad, dieser Moment, wo ich gesehen hab, ach ja, ich könnte noch hinlaufen und wenn er da hingelaufen hat, rufgeschossen, kam mir grad voll wie eine Minute oder zwei Minuten so lang, alter. War voll belastend, der Moment. Nice. Komm, lauf du Bastard. Nice. Ach scheiße, sorry. Mann. Jo. Komm, ging's aus. Nice. Hm. Ich mach drüber. Jo. 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 Irgendwann will ich so einfach den Ball dazu kriegen. Jo. Wie ist, wie ist, wie ist, wie ist so, also, man kanns zum Ende der Bein aern in die was macht er denn? da Alter, geh doch mal an den Ball jetzt oh gar nicht so lächerliche Torschau nein, meine Patrice ist leer fast nicht ich muss meinen Controller gleich ja, mal anschließen an meinen PC zum Aufladen dann mach ich denn eine Halbzeitpause hoffentlich reicht's bis dahin noch ich glaub schon weg alter, was machst du denn da? Mann echt, boah nein, 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 nein nicht hinwegfeil machen boah schon wieder boah nice schon wieder eng jetzt grad jo, alter die immer die Chancen haben, wie da immer die Leute stehen lauf, 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 lauf wie ich ihn aber nicht ausgewählt bekommen hab ja, aber was das für ein scheiß Kopfball war äh, was, ja genau ich mach kurz er ahnt sie mich nicht so ja, jetzt schon wahrscheinlich, ja ja, natürlich ahnt das jetzt, sehr klar ja, das war's ja, das war's ja, das war's ja, da war noch einer und den hab ich gar nicht gesehen ja, ich auch nicht ja, das war's ja, das war's ja, das war's ja, das war's komm, lauf, 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 lauf schön Nö, Ronal, du Mann, echt, wie wir dir an dem 1-0 wieder am Hungertuch nagen und da Ewigkeiten vor kämpfen müssen ne komm, werf, komm, werf lauf, weißt du da sind so viele Leute da sind so viele Leute nice ich renn hin guck mal, dass ich ihn nicht wegwicke wollte ich grad sagen was hab ich denn noch ich hab zur Seite gedrückt, man nice scheiß Ronaldo, ey ja, hallo Gott, hat er selber vertundelt vertundelt den Ball, ohne damit ist alles frei auch rein, ja oh, Mann nein, der war noch so knapp an dem anderen vorbei der von uns da cool war abseits alles klar ja, komm schon Mann ist das alles so easy für die Gegner, Mann fick dich, Geheimatritt das ist ja auch einfach easy brennt ab, Alter hä hä, der zeigte erst noch Absässer oder dann doch nicht mehr ja, das ist ja die sind nur so scheiße rück doch mal, Mann wir werden die Strücken bisschen arrogante Hurensöhne, wie jeder der mit Reimer drückt und spielt ja will der mal mitlaufen da unten ja mach der da er geht er geht ja, genau in dem Moment rennt er sich von ihm das ist super alter, geh doch da in den Zweikampf in den Mann und geh nicht alibimäßig, aber abseits oder was hat er denn zu Ende zeigt warum ist er jetzt slo-mo ne, normal nur Ecke alles klar auch was macht er da? ja, natürlich pfeift er das, Mann da rennt er volle keine Gegende anstatt dass er einfach ihm den Ball abnimmt, ey was ist das für ein ungestümes rangehen, ey ich geh mal nach hinten zum Tor und irgendeine schlecht alter ja boah, ist das belastend grad schon wieder hier die Angriffssituation von denen also ich verarschen ich wollte so easy auf Ribéry durchstecken der macht da so einen Lupfer ach, danke für das abpfeifen Schiri fick dich das heißt, muss das Raman beim Kabel machen da überhaupt suchen, wo ich das hingeschmissen hab äh ist das gemeint Kabel weißt das nicht ach ja doch, das könnte das PS4 Kabel sein, was hier nicht wunderbar aua da hab ich noch zwei so sagst du, die kommen die kommen jetzt schon nach Hause mit essen hab ich ne so ich hab weiter gedrückt jetzt, ne nein, Mann oh so ähm ja so halb ja bei mir kommt so nervt auch schon grad wieder und checkt sich obwohl ich vorher gesagt hätte, dass wir aufnehmen ja warte fuck das klingt wahrscheinlich nicht rot ja, los mal bei dir obwohl ich auch, obwohl ich einfach nur, äh zwei Kampf gemacht hab ja, geht's klar ich hab zwei zwei Kampf gemacht, ich wollte einfach nur von hinten den Ball wegschiebitzen ich hab mich mal gecredscht, ist klar ey fickt eure hässigen Mütter fickt sie einfach, ey Tor hm doch nicht noch nicht ich hab doch nicht da wie der sich auch noch abdrängen lässt im ernst im ernst hier sind nur so wenige leute Mann, Alter, warum krätscht der da knapp durch seine Beine durch, äh ja, das ich hab schon gedacht, das war klar, Alter, bei der Kontersituation, aber hat's noch verkackt, weil das scheiße ist weißt du, wie knapp da vorbeigecredscht war ich seh's auch grad nochmal auf meinem zweiten PC in dem im Stream, ey es ist einfach nur einfach nur belastend sonst da kann ich das nicht sagen, ey boah, auf jetzt weg ist es, die lassen sich Zeit, weil sie kapiert sind auf komm, Pass hat ja auch nur drei Stunden gedauert, der Pass Alter, was macht der da für High-Risk-Maneuver, anstatt dass er einfach vernünftig den Baller nimmt der jetzt getroffen ist eh die nächste Rote gewesen boah Alter dafür irgendwie Spaß ist ist belastend wieso sagst du so oft belastend, Alter weil's belastend ist, Mann das ist halt einfach ein treffendes Wort für die Scheiße jetzt schießt den Tor ach man jetzt schießt den Tor, ja ja, fick dich drüber und so, ne hörst du irgendwas sprach sprach mich Alter sieh Hurensohn hat sogar fast guck mal, so ne behinderte Scheiße hat sogar im Ansatz fast funktioniert komm mal mit irgendeinem gelaufen ja komm bitteschön ja, danke er ist halt weiterlaufen müssen mit dir ja, er ging nicht mehr, Mann er ging nicht mehr, Mann wie der jetzt nicht ankommt komm, 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 komm wie der auch wieder wie er auch mit ihm seinen Fuß weghaut anstatt dass er einfach sich den Ball nimmt boah, natürlich behält der immer den Ball weißt du was ich krieg jetzt nicht jawohl ja aber es soll ihm jetzt noch ne Backpfeife geben halt beim Aufstehen oh, ich sag, hat immer entzückt er die rote Karte ne, aber hat gar nichts gezogen what the fuck ja, aber ich dachte, er hätte das die rote Karte er zückt jetzt die rote Karte an hab ich auch gedacht Buchen so nix ja, nochmal, ey, komm, Mann uns fehlt die Zeit ah gut, es steht auch erst 1-1 also fehlt beiden die Zeit nein, noch 1-1 zeig ich mir lieber hab ich mir auch grad gedacht im Moment naja, vor allem wenn wir wenn wir ein zweiter laufen jetzt alter ja, ja lauf, 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 du Hose der Wichser, der fett, die fette Sau, alter ja, rofi, deine Mutti what the fuck ah, Mann belastendes Spiel und ich sag das jetzt noch 10 mal weil es einfach ein treffendes Wort leider ist dafür immer wieder diese EA-Scheiße egal, ist ja wieder OP-Mannschaften halt eben was will man machen Mütter ficken ja 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 perfekt was das ist das Tor das ist das Tor ja ja hatte ich vor ja du Hurensohn, Mann warum pfeift dir das halt ab? du bist nicht mehr hingegangen du bist sogar weggelaufen was ist das für eine Scheiße? Löw es einfach separate Bilder getroffen nein, ich hab ein dürty, bisschen Bild drauf Similarly du hast gelaufen du musst antäuschen gemacht ja friff consell eigentlich wollte ich noch in eine andere Richtung wechseln aber das wollte er irgendwie nicht so etwas wollte ich eigentlich machen aber das Spiel er nicht Wacken, das war kein Ab, das haut rein. Ja, genau. Und auch nicht. Alter. Ja. Jetzt haben wir echt gerade mehr Glück als Verständnis. Wir schwimmen halt einfach, Alter. Ja, nice. Und schon. Ja. Alter, was ist das? Ohne Spaß. Komm, mach schnell. Ja, gut. Ich wusste nicht genau, wohin. Da hab ich irgendwie komisch. Irgendwas komisches wurde da raus. Alter, ich... Ja, wie du kriegst denn zwei Spiele? Ich hätte es. Ja, komm, Alter. Das ist so unnötig. So unnötig, die Gretchen. Nein, das mach ich ab. Das ist nicht. Die war so unnötig. Das hab ich gewollt. Du hättest es nicht mehr machen können. Ich hab mir einfach nur gedacht, was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Ja, dein Bogen, Gretchen, Gelb-Rot und Elfmeter. Ah, easy. Inzwischen lehste ich das richtig raus. Ich hatte echt öfters Elfmeter in letzter Zeit. Weil das einfach so herab... So hervorsichtbar ist, was die machen. Herablassen, oder? Ja, ich bin auch herab... Die sind herablassen, weil die mit der Matrix spielen. Alter, wir kommen ja nicht mal richtig an den Spielern vorbei, Mann. Das bringt nichts ab. Auch einer. Scheiße. 90. Das ist super. Fuck you, EA. Die Eifer da auch immer durchlaufen dürfen. Weißt du, wir sind einfach wie ein Hühnerhaufen in der Abwehr. Kann nicht wahr sein. Klatschen, klatschen. Nee, er bringt jetzt noch voll was. Ja, verletzt. Yo. Ach, da sind ja keine mehr. Geil. Fort? Ich schieße jetzt auch scheißegal. Ja, aber ich frage es nicht mehr. Oh ja, Mann. Ah. Tschüss. Ja, mein Spiel einfach festgehalten wird vom anderen. Super. Wie er einfach durchrutscht. Das kann nicht sein, Alter. Selbst wenn er einen Bekommen hätte, wäre es noch besser gewesen, als wenn er denn durchrutscht. Yay, Leute. Super Spiel. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.